Ja bitte, das geht schon. Dein Taperider ist auch dabei. Das schaffen wir jetzt. Ich bin gerade beim Essen da. Ja super, das passt. Perfekt. Du machst ein bisschen eine bei mir da und dann läuft das. Wir haben eine Trank alleine. Schauen wir was es in der Kiste gibt. Jetzt nehmen wir auch mit. Ja, das ist der Restliche, lasse ich dir mal. Bin ich so gnädig. So. Moment, Moment. Es geht gleich los. Wo bist du jetzt? Warte mal, ich muss mal schauen. Du hast einen gleichen Loger wie ich jetzt, oder? Ist ich denn jetzt auf der Karte? Hm. Wo ist er? Der große Haagrass ist normalerweise gleich am Anfang gut. So, der Le. Achso, du bist bei einem Anseitlager da unten. Genau, ich bin da unten. Der ist der Dorf. Achso, ich war oben. Ich suchte den. Ich glaube, bei dem weiß ich ganz sicher, dass er da kommt. Ja. Ich meine, Leuchtkäfer haben da irgendwas gefunden schon. Äh, die haben schon entdeckt. Ja. Das ist gut. So. Jump, jump, jump. Fußspuren. Ist das jetzt auch noch der normale, oder? Nein, ich habe zuerst gedacht, beim... Ist mir nämlich vor auch schon gekommen, das ist der normale, das ist die große. Ah, der andere halt, der Plus. Da steh. Okay. Ich habe zuerst gedacht, weil der hat sich eingemischt beim Kampf mit dem Bucke. Ne. Und dann wird er nicht gleich hin sein. Ne. Aber das... Dann habe ich Plus-Teile gekriegt von ihm. Okay. Ah, da ist was zum Minen. Ich glaube, die normalen gibt es auch jetzt für uns gar nicht mehr. Ja, da muss ich glaube ich die Karten umswitchen, glaube ich, ne? Expedition. Oh, hier ist er. Er ist vor mir. Er erschreckt mich. Da kommt er. Was ist er? Du schreckst mich, oder? So, ich hau mal drauf. Wo läuft er denn hin? Läuft er schon. Ne. Ich muss immer sein Fuß-Spur... Da... Wirkes Wort. Ach, okay. Fuß-Spur. Der muss auch da, hier. Roter. Aber das sind die roten Kristalle da bei der Karten, gell? Hm. Hab ich gesehen. Von der Zora Zora, da musst du schauen, die Kristalle. Wohl kriegst du von ihm ein Material, ne? Ja, du kriegst aber nur das Rückenmark bei seine. Ah, okay. Das hab ich schon. Herausgeschnitten. Hab ich aber schon alles auch geprobiert. Ne. Du kriegst nur Rückenmarken. So. So eine Bucke hab ich. Fast fertig geforscht. Das denke ich grad. Vorwärts, vorwärts. Und... Gewegen. Ja, mit dem Schwert mach ich ihn gut schon, ne? So 20, 40... Gut. Ja. Ich mach auch mal 120. Das ist durch das Explosion, weißt du? Ja. Dann kommt da schierst der 120, quasi. Also der Gifter, gell? Drauf, oder? Meine? Nein, 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 nein. Der Bucke... Der Bucke. Schau, jetzt waren 120 dabei. Okay. Sonst mach ich so... Ich weiß nicht, 20... 40... 31... Ist es deine Falle gewesen? Nein, ich weiß nicht. Weil dann war's der Mikasch. Ich glaub ich, der hat nicht so eine Falle... Das ist sehr klasse, ne? Ja, warum fliegt der Hund nicht um, mein Mann? Dreh dich um! Dreh dich um! Jetzt liegt er! Sehr gut! Kann ich einsteigen da ein bisschen? So... Gehen wir! So... So, da war's so. Bam, bam! Was ist denn? Dann wälzt's mal an. Ja? Heute ist sie wieder grantig, der kleine Hund. Gehört er dazu? Ne? Kaum ist ein bissl warm, Irene, sagt sich das schon. Bei deinem scheiß Alter muss sie auch grantig sein, Alter. Bei mir drüben hat die ganze Firma geschwommen, weißt du? Eihihi! Das ist, was die Fuhren... Das ist ein Freischau, aber man kriegst ja vielleicht noch. Weil's deine Force beim Tiedl tut, oder tut alles unter Wasser gestammt, ne? So. Nein, den Arsch wieder! Ja, das ist super. Das ist gut. BAM! Die kleinen anderen auch mitmachen, die brauche ich auch. Das ist gut. Achso, wir müssen den anderen auch noch machen, ne? Hab ich schon mal ganz vergessen. Ah, jawohl. Ist er schon fertig? Hey, das ist er, ja. Ja, das war jetzt überraschend. Da gehen wir ein paar Sachen fladen. Ja, ja, glaub ich, da... Da hast du noch viel Arbeit hinten, also die kleinen. Ha, ha, ha! Du musst da ernten. Ja, ja. Die werde ich gleich mitlooten, ne? So, das geh ich ja gleich verkaufen. Ja, das ist ja eine Klaue, ey. Was ist da? Ja, da ist ja einer. So. Buschboden. Ja, krass. Ein bisschen schnüffeln. Ich werde ihn auch aufschneiden, weil das verkauf ich alles. Ja, krass. Ja, krass. Ja, das sind die guten. Lederhaut. Gute. Wichtigst du das jetzt von den Kleinen auch, oder was? Ja, anscheinend, ne? Das hört sich aus, ne? Kannst du eh ein bisschen abfahren dann bei der Expedition oder so, ne? Ja. Ja, zumindest, weißt du, wenn du das wie eine Paus verkaufst, das steckt gleich auch. Ja, angeblich würde das Fischen auch rentierlich sein, halt. Ich hab noch nie Fisch, noch keine. Ja, ich hab schon ein paar Fisch. Ich hab mich nie geschert bis jetzt, dass wir das haben. So. Haben wir einen anderen schon noch? Auf der Karte? Was haben wir da gehabt? Ja, ja, den haben wir schon. Buckei, gell? Ja, genau. Der ist halt klar mit den Ecken da drüben. Den auch noch weghauen und dann schauen wir mal, was noch drin ist. Gleich anschärfen wieder. Ah ja, stimmt. Bei dem Buckei ist ja wieder der Scheiß mit den Giften. Hm. Viel was dabei, ja, passt. Da liegt noch einer. Kann man den auch noch? Ciao. Den schneiden wir auch noch auseinander. Alles verkaufen. Was denn da? So. Wir markieren den anderen Kasper. Der ist da unten unterwegs. Sehr schön. Ah, du Fußspurt. Ja. Ja. Nein, das Element hat das Explodieren. Das tauchen wir, Alter. Ja. Das fahrt gut, gell? Das wird ja auch neutral sein. Da wirst du ja gar kein... Nein, das ist ja kein Element, sagst du, ne? Das ist einfach nur Schaden, ne? Ja, ja. Genau. Das ist ja cool. Weil der haut auf einmal 120 aus. Ich weiss das. Naja. Ich denke, wenn du das erhöhst, das zahlt es schon. Aber ich hab dafür einen Crit wieder ein... Der führt zu minus 20 Crit, ne? Ah, okay. Das ärgert mich halt so. Aber ich hab irgendwo mal was einbüchen müssen, ne? Ah, wei. Da hat mein Dätschen gegeben. Ich weiss gar nicht, was ich jetzt da oben hab für Elemente auf meine Wolken. Das ist leicht und blau. Ich geh davon aus, dass das irgendwie Wasser oder... Genau. Das kann leicht sein, ne? Ja. Ah, ja. Aber da wirst du es runter. Alter, ich sehe oft nicht einmal, wo es passiert. Das ist das Problem. Ah. Ich möchte jetzt schon mal was der Fall rausgekaut. Hoppala. Ja, es passiert, dass er mich mitschleift, ne? Wo hinläuft das Gord, ne? War nicht nachgeladen. Einfach draufwaschen. Ah. Meine Güte. In dein Moment. Naja. Jawoll. Er hat mich angekotzt. Du zeig. Geile Giftblöre. Ja. Da brauche ich schnell was zum Sauchen noch. Ah. Krankenfalle. Hast du ja auch sie katt? Es scheint, dass er schon über eine fliegt. Okay. Okay. So. 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 Schön bleiben. Ja, ja. Das ist gut. Okay. Schön draufwaschen jetzt. So. So. Ich hätte mich wieder giftig aufgehört. Ja, früher genug. Warte ab. Das Haus ist voll, hörste. Hat irgendwas voll losen, materialmäßig? Nein, ich sehe nichts. Mal heilen, jetzt werden wir. Giftiger Schleim, den nehmen wir mit. Da drüben sind die Federn. Ich stehe auf giftigem Schleim, den wir im Klamide haben. Buckei. Fußspuren. Fußspuren einsammeln immer ein bisschen, aber das brauche ich auch ein bisschen. Ein bisschen, dann habe ich alles. Jetzt geht es glaube ich bis Plus 4 oder Plus 5 oder was. Ja, ja, hab ich gesehen. Da müssen wir dann saufen. Und die Wölzen glaube ich noch. Ja, da bin ich jetzt neu, wie die anderen Flieger dann sind, oder? Ja. Werden die Drachen Ältesten, ne? Ja, oder der Diablos und sowas. Hm. Den hat man sowas schon gereicht, hab ich sowas nur einmal gemacht und das hat man schon gereicht, Alter. Hier scheint etwas zu sein. Ja, gib her. Aber, ich meine, ich weiß es nicht, ob das jetzt das DLC ist oder so. Ja, eher noch genau. Weil es wäre ja schade, weil das dann wäre so Diablos Equip und so eigentlich völlig umsonst. Ja, eh schon. Wenn du so nachdenkst. Ja. Weil, du ja gleich drauf einmal nachher, wenn du den Zora machen kannst, musst du ein anderes Set triff. Also ein anderes Equip zu holen, dann brauchst du das wirklich dann. Weil so schwer ist der Buckei und das auch nicht zu machen. Und selbst das Knochen-Set ist ja dann besser. Das Knochen-Set Plus da. Ja, ja, ja. Das muss man jetzt gesehen haben da, ja. Also, strengst die Partei ja so gesehen, komplett umsonst dann. Wo ist er nicht so? Ja, das war's mit dem Schwanz. Wir haben ein paar Steine am Schill. Der Schwanzerl ist auch. Ah, sehr gut. Das ist ein Rage Modus, ne? Wahrscheinlich. Ja. Kommt da! Alter, Alter! Ich glaube, er haut auf. Wo ist denn das Schwanzerl? Nein, weil so wär das ja wirklich schade. Weil das wär dann wirklich umsonst, dass du ja auch unteren Viecher machst vorher noch. Weil... Ja, keine Ahnung, ne? Weil, wie gesagt, das Knochen-Set, was du sagst, das ist ja nicht schwer zum Sammeln. Nein, das kannst du gleich nehmen und jetzt noch ein Beispiel. Ja eben, du musst dir halt nur die Arbeit antun, dass du halt ein bisschen sammelst. Nö. Ah, da ist eine Falle. Und... Ja... Ist halt... Ja, da richtig. Ja... 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 Was machst du denn da? Ja... Wär halt... Weil ich mir jetzt gedacht, wenn ich das letzte Set kauf und so oder so, hab ich gedacht, das brauche ich nicht, ne? Ja... Ja... Ne, ich hab nur mein Ding noch hoch gehabt, umsonst eigentlich das Rad hier ansehen. Ja... Was ist das, ne? Ich hab halt alles gemacht, ne? Ja... Was ist das, ne? Eigentlich hätte ich mir sparen können, hätte ich mir das Geld sparen können an der Bühne. Ja, und die Kugeln, ne? Ja, das habe ich sehr gut. Ich hab die vier, da brauchst du noch einen. Ne... Das ist jetzt nicht so tragisch, den kriegst du ja bei den Eventquests immer wieder, ne? Aber... Trotzdem... Gehört, ne? Ja, das Geld war schade, weil das hat ja doch genug gekostet, weil ich war ja auch 7.000 pro Ding. Ich bin jetzt auch. Und hab ich 28.000 dafür ausgegeben und dann krieg ich das nächste Set schon bei weitem besser und billiger hab ich das auch gekriegt. Weil es hat 4.000 gekostet. Das ärgert mich halt dann. Ich mein, ärgern, das... Ich hab's halt nicht gewusst. Weil es passt so auch. Ich mein, ich komm, ich denk, ich seh, was ich jetzt hab, ja eh gut voran. Ne. Es ist nicht schlecht, dass Rathaloset. Aber ich hab's nicht die... Rathianschuppe, schau! Oh, so. Rathianschuppe? Ja, da war eine Rathianschuppe bei mir. Alte Schuppe. Die müssen wir ja finden eigentlich, ne? Ja, ja, die sind überall vor Strat anscheinend. Wo du halt schon weißt, die dürfen überall herumliegen, ne? Ja. Ja, wir müssen sowieso die Quests machen jetzt, ne? So. Dass die Dingsbatter geht, ne? Ja, so geht das so mit. Du musst ja jetzt entweder eine Quests machen, ist gestanden, oder eine Expeditionen, damit du diese Schuppen halt findest, ne? In verschiedenen Regionen, ne? Ah, da oben ist er, gell? Ja. Da ist er schlafen gegangen. Ja, ne? Na. Also, da ist er. Ja. Hau mal drauf, da. Ah, der hat mich vergiftet. Ist ja nix neiges, ne? Ja, ist ja gut. Ich mag nur weg ein bisschen da. Snack essen. Was ist da? In der Nähe. Mann. So, hab ich jetzt vergessen, die Waffen aus in einem Tokio die ganze Zeit. Ja, jetzt liegt er gleich. Mein Gott. Ich weiß nicht einmal, wie er mich jetzt vergiftet hat. Ja. 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 Alter, der hat mich bis jetzt, glaub ich, einmal getroffen. Ja. Das ist ja total. So. Ja. Warum ich gleich sein? Okay, das ist schwer. So. Wo haben wir das? Das Ding, die Sequenz trifft mich auch ab und zu, ne? Du willst schon loben. Ja, es stört, ja. Du willst schon längst durch. Der fährt mit dir da spazieren. Vor allem, dann hast du ja nur die Grenzzeit, oder? Nö. Und der braucht dann auch schon 10 Sekunden, bis er einmal umfällig ist mit seiner Sequenz. Ah, das ist ein Knochenhaufen. Okay, Feder. Knochenhaufen. Hast du noch was gemacht? Sehr gut. Die sind noch abgeschlossen. Feldforschung. Jawohl. Ich meinte, das Gift. Das war auch nicht super. Hm. Und ich lauf nicht mehr mit meinem Einhornkopf herunter. Ich lese zu. Das ist ein Knochenhaufen. Gnäß, der Erbüllung! Boa, Alter, das ist so... Und noch ein Bonus-Dinger, ne? Ja, ja. Gnäß, ja grad schuppe. Jetzt schau ich einmal. Den Puck-E-Puck-E-Puck-E-Polz. Ich nehme ein Knochen, Bündel, Monster-Spitzknochen, Knochen werde ich mir mal rausnehmen. Mysteriöser Feenstein, das nehmen wir natürlich auch, nicht so klar. Wohnungsbilan-Pokette zu Knochen. 20.340 habe ich gekriegt jetzt auch. Und ein bissl Dingsne Radien. Ich werde das andere da verzeppern. Alles verkaufen, für das kriege ich schon 21.000, Alter. Okay. Für das Verkaufen, ja. Okay Partner, wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden. Wir sollten alle Regionen abklappern. Du kannst dir auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben. Wind-Sicher-Fähigkeit, okay passt, nehmen wir. Der Schnurr-Schnurr-Trop ist gut. Ah, komm. Ah, 20.340, sehr gut. Jetzt habe ich 64.000. Ja. Adrian ist dazu, so passt. Jetzt kann ich das Set machen. Ja, Alter. Jetzt hat sich ausgeglichen, ne? 2-2. Anmelde-Bonus, aha. Ja. Dann kriegst du einen Anmelde-Bonus. Ja. Viel spät. Ah, ihr? Ein Dankeschön. Du hast 10 Millionen Objektpaket. Gutschein. Und gebratenes Deck. So, da fuhren wohl auch wieder was von mir. Der geht da spazieren, der Kollege. Schüchterner Fünfer, hörts. Wie wäre es, wenn du mir hilfst, den Ertrag des uralten Baums zu steigern? Du musst mir nur etwas liefern, dann kann ich für uns eine neue Art von Dünger herstellen. Das würde die Dame in der botanischen Forschung sicher auch glücklich machen. Und was braucht er? Großjagras Lederhaut. Ah, ne. Und ich habe drei. Super. Dann kann ich das gleich abgeben. Ne? So. Da müssen wir schauen. Da haben wir auch Rüschkuchen frei. Wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden. Wir sollten alle Regionen abklappern. Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben. Ja, ich weiß. Sei leise. Bitte. Sei leise. Mit deinen optionalen Quests da. 30 Mal erzählt sie mir das gleiche. Kleine Monster töten. Fangen, fangen. Honig. Wo ist ein Monster? Ein Monster brauche ich noch. Lieferung? Habe ich da was? Nein. Habe ich nichts offen. Botaniker muss ich genau. Siehst. Ich habe etwas angebaut. Mittlerweile kann ich schon zwei Sachen anbauen. Ja, sauer. Ja. Eine Dorfelspaste habe ich angebaut und Drachentotbeere. Ich weiß nicht für was, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nicht mehr Käfer angebaut. Warte einmal. Ich muss einmal schauen, Alter. Pilz. Ja, die Piterkäfer. Ich baue nicht mehr Piterkäfer an, Alter. Alles nehmen. So. Schauen wir mal, was wir anbauen können. Was kann ich überhaupt? Nichts. Ich habe nichts Neues. Donnerkäfer. Götterkäfer. Schüchtern, ein Fünfer. Ja, den habe ich gerade angereicht. Das habe ich gerade abgegeben. Die Quest. Der will für ein großes Jagras. Drei. Äh, ein Teil. Und ich habe drei gehabt. Ah, ja, ja. Ich sehe gerade, ja. Ja. Das habe ich gerade abgegeben. So zwischen mir. Ja, ich habe eben gedacht, ich muss zu den Leuten wieder hingehen, ne? Du wusstest. Megadünger. Ah, sauer. Ich werde mir jetzt an die Ausrüstung da machen. Eine Kartine ist noch was. Und oben, okay. Aber ich werde mir das Alpha-Set jetzt zuerst machen. Ja. Weil ich da das zweite Ding einfach habe. Bei der Kartine sind da glaube ich zwei Quests jetzt auch. Also bei mir halt noch. Ich glaube, das... Ich weiß nicht, ob ich schauen komme. Irgendwas zum Essen will. Aber ich glaube, ich habe vorher schauen genommen. Hm. Mit dem ein Grundstück hat's da. Tja, ich werde mir das... Liefere vier vergessene Fossilien. Teil der Verwesung. Habe überhaupt zwei Rammark daraus kommen. Braue ich da. Ich brauche zwei für den scheiß Kopf, ne? Kam? Ja. Drei brauche ich da. Und da brauche ich auch drei. Und ich habe... Na, da brauche ich zwei. Ich habe genau fünf Stück. Ja. Ja, da müssen wir schauen, genau. Wenn ich jetzt schon da bin. Die Schmiede. Schmiedträger. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Sehen wir dann eh nein, ob nicht ausgeht. Mensch, Mensch. Mensch, Mensch. Schmieden. Rüstung. Schmieden. Na. Computer sagt nein. Ich brauche... Geht sich nicht aus. Also, jetzt fällt mir der Kamm, ja? Ich brauche zwei Stück. Für das eine Set. So, ich mag daraus ein Magma. Ja, mir fallen genau auch zwei Stück. Wo kriegst du den her wahrscheinlich? Den Kamm? Also, müsste ich mir nachschauen, gell? Ja, von der... Quest. Ja. Du, von der Quest. Du kriegst alles dort. Nein, nicht Kantine. Mein Gott. Gut. Bin ich zwei Meter weiter gespawnt, ne? Sollte sie aus. So. Komm. Also, da brauche ich ihn auch. Alter, ich brauche ihn noch öfter. Da brauche ihn dreimal und da brauche ihn dreimal. Also, ich brauche noch sechs Stück. Da vorne. Okay. Ich hab mir wohl besseren Dienst gehabt schon, ne? Ne. Ich muss jetzt zu der... Handelsding. Lieferung. Offene. Großartiges Gemüse. Habe ich da was? Ja, eins von drei. Gyros muss ich da geben. Ja, ist ja wurscht. Dann werde ich den Quest halt nochmal bekannt geben da. Ups. Was für einen? Ja, den... Sora. Ja, ja. Ei, ei. Hoffentlich stützt das nicht ab. Oder nicht bei mir. Ja. Hier schauen wir mal, ne? Nein. Du kommst dort noch. Du kommst dort noch rein, ne? Ja, drei, viermal, ne? Ich werd's einfach auf zwei losen jetzt und dann kriegen wir mehr Geld. Oh, überdings kriegt er eine Anfrage. Gildenkarte. Gildenkarte. Die wie. Die wie die. Hast du ja... Verschicken. Alle markieren und gell mal verschicken wieder. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber... Ich tue's. Gibt mir da vielleicht ein Dings nachher, also... Ja, ich bin drinnen mit 145er Level schon, ne? Und wir gucken da rum mit 11, oder was, ne? Ich hab die Quest gar nicht mehr für den... Ach so. Warte mal. Optional oder was das war? Hm. Wunderbar. Sora... Wo ist das da? Kann nur unter Optional sein. Oder war's Event? Nein, Event war das. Da, kurz vor Sonnenaufgang. Ich mach's schon, aber ich darf zwei abschließen. Ah, okay. Solang wir den machen können, sollten wir den machen. Nö. Event hast du gesagt, gell? Mhm. Man sieht da auch Gildenkarte gekriegt. Wer hat denn da? Empfangen! Der DVD! Ja genau, den hab ich gekriegt. Ja, ich mein halt, ne? Ja. Gehen wir's mit an. Wie viel Kohle kriegt man da? Ich glaub 5000 oder so, wenn man zu zweit ist. Ist ja auch nicht schlecht, ne? 5000 haben. Ja. Dass man das nicht überspringen kann, ne? Kannst du ja startdrucken? Oh, wir brauchen mehr oder nicht da? Was? Alles, wenn ihr auf seinem Rücken seid. Zerstör die Kärle ohne Zwischen. Oder lasse ein paar von den Stalaktiten auf ihn fallen. Stalaktiten. Wir haben die Stalaktiten mit Schießpulver präpariert. Benutze deine Schleuder, um sie zu sprengen. Du schaffst das! Ja. Du hast was gegessen, hast du schon? Sei vorsichtig! Hey, Mala! Ja, lass mich in Ruhe essen, einmal. Der klawert mit der Vollheit. Ob wir schaffen, das Monster genug zu stechen? Hey, Partner! Hey, lass mich keine Ruhe. Hey, Partner, hey, Partner, hey, hey, hey. Hey, Zwerge, ho, Zwerge. Komm da nie weg bei dem, Alter, das ist ein Wahnsinn. Bist du schon drauf? Bist du schon? Ja, ja. Oh, da ist er. Da soll ja das ausweichen, neben dem Feier-Scheiß da, ne? Ich komm da nicht weg, gell? Mann, ich habe... Ich habe ja Wasser geworfen, auch noch. Hey, Papa! Müsst ihr mal schauen. Ich werde, glaube ich, geschickt, oder nicht? Ja, ja, weiß ich noch. Magma-Kern zerstört! Ja, passt. Wo ist das? Heute! Oh, Rückenbanzer, den brauche ich überhaupt nicht mehr. Der Magma-Fluss verändert sich! Ja, da, gerade da hoch. Ja, und dann durchhole ich oben da noch. Und hinten rein! Achso, ja, ich gehe gleich hinten so dumm, dumm. Achso, ja. Hoppala! Und ich burn! Burning Man! Burning Man! Hallo! Hm, er schreit schon wieder. Wie komm jetzt? Ja, Alter, geh mal! Was hat er schon, wie er geht, meiner? Meine, meine, meine Worte haben, ich schätze. Nein, nicht da! Ja! Ja! Ist er mich zurückgehalten? Achso, er ist schon hin! Ja! Na, mal gut auf, ich war schon, ne? Wo ist denn, wo ist dein? Rückenbanzer! Achso, es geht wieder los! Acht auf das Magma, es verändert sich! Ich brauche aber einen Kamm! Hallo! Wo ist denn der Kampel? Ja! Da ist leider nichts drinnen, also! Da geht ein Klopfen, Versteine! Rückenbanzer! So! Jetzt müssen wir da rechts um hin, ne? Ja! So! Da ist irgendwas zu klopfen, oder? Nein, so ein Steine! Ja, da kriegst du nur Rückenbanzer und das, also da kriegst du nichts anderes! Also, ich habe es jetzt so oft gemacht, das wäre echt ein Wunder, wenn du was anderes kammer, als Rückenbanzer! Ey, da musst du gleich auf dem Ding, so auf dem Schädel, oder was, oder? Keine Ahnung! Jetzt fällt der Ovi, oder? Ich weiß es! Er mag nicht mehr! Ich bin Mude! Ich bin mal oben! Ja! Das macht das Haas! Stalagneten, ich habe noch nie benutzt, wo sind denn da welche? Ja, ich weiß ja nicht einmal wie ich will, oder was ist denn so der Stalagneten? Ich schieße drauf, aber es passiert nichts! Jawohl! Jetzt hat er sich bewegt! Weg, weg, weg! Alter! Okay, das funktioniert doch! Was sind das für Stöße? Ich glaube, der Sura mag daraus läd in der Kühe aus! Was sind das für Stöße? Ich weiß nicht, wenn sie sich da trifft! Ich weiß ja nicht! Ich weiß nicht! Das ist eine Energiefreise! Na! Na, ne, olde! Was sind das für Stöße? Was sind das für Stöße? Oh nein! Ich fahre von ganz oben wieder runter! Oh nein! Was ist jetzt los? Oh nein! Es geht mir so am Stopp! Es ist der Markt! Es ist so unübersichtlich, das Ding! Der Knochen schlägt es! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, das Ding war nicht alles! Wir haben die Knochen in der Kühe! Wir sind alle aufhörigen! Wir haben ja auch geburten!